Hallöchen, die Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy 9 mit Aiko, also mit mir, ja, mit dem Mädchen da, mit dem gelben Marschall aus dem Kopf, ja, und damit die Aiko Zocchi nicht beleidigt ist, aber nicht beleidigt, aber nicht beleidigt, dann modere ich auch mal sie an, also Zocchi, das ist Dieter, Hallöchen, die Lieben, die ist halt auch mit dabei, ja, genau, also Aiko hat jetzt hier nicht gemacht und Aiko geht jetzt weiter lieb. Ja, damit wir hier raus können bei dem Fleck hier und Aiko in seinen Arsch treten können, ja, vielleicht mal, wir haben mal Zeit, so, äh, das gehört jetzt wieder aus, ne, so, ja, genau, lalilalila, jetzt kann ich hier wieder rauf, uh, Aiko hat sich fast verlaufen, aha, das war natürlich keine Absicht, ich will da rein, genau, mhm, was bist denn du? Opfergaben der Kraft, du, der diesen Palast behütet, entziehe dem Armreif die Kraft des Ausweichens, okay, ja, ich will die Perlin besuchen. Da, keins, was, keins Armreif, oh, oh, ob dein Arbel wohl böse ist, wenn wir ihm, wenn wir das anziehen, ich bin mir da gerade noch so sicher, ob das toll ist. Wer kann denn das eigentlich alles anziehen? Darf ich das auch? Ja, aber ich kann, Aiko kann, Aiko kann mit dem nichts anfangen. Vielleicht mag das ja Bibi haben. Uh, Bibi, hm, willst du vielleicht den Armreif da haben? Oh, ja, das wäre super, ich kann nämlich Wasser lernen. Na, dann bitte, mach doch. Ich danke dir, Aiko. Nichts zu tanken, ha, so, und weiter geht's. Lala, hm, 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 hm? Jetzt lasch wieder ganz weg. War es das? Mehr ist sie nicht? Ja, schaut so aus. Ja, hm, hm, aber Aiko ist jetzt verwirrt. Wo können wir das denn jetzt weitergehen? Dadurch? Oh wow, da geht's durch. Oh, hallo, Herr Mochbock. Oh, Mochbock, du Mochbock, ich hab noch einen Brief für dich. Steh jetzt zu dienst, Kubo. An Mochbock einen Brief überreichen. Boah, ey, vielen Dank, Kubo. Vielen, vielen Dank, Kubo. Ich liebe Briefe, Kubo. Von Mocho an Mochbock. Oh, Mocho hat er geschrieben da dann. Was hat er denn zu erzählen? Man erzählt sich, dass kein Geringerer als Stillskin jetzt loszieht, um herauszufinden, warum das Mochbock nicht keine Briefe mehr zu stellt, Kubo. Also, wenn Stillskin die Sache in die Hand nimmt, dann ist das Rätsel wohl schon so gut wie gelöst, Kubo. Aber warum nur stellt Mochbock Remilian eigentlich keine Briefe mehr zu, Kubo? Vielleicht hat eine Freundin dafür. Was steckt nun hinter diesem Rätsel um das Mochbock nicht verkauft nochmal? Was, möchtest du vielleicht einen Brief weitergeben? Nö, ich möchte nicht. Ich würde sagen, wir tun mal zelten. Und wir tun auch speichern. Jawohl, weil wir schon so weit sind. Ich werde sicher keinen Speicherstand mehr auslassen, wenn ich über einen Mochbock stolpere. Sicherlich nicht, weil ja, im letzten Band habe ich dir erzählt. Boah, das war jetzt ganz, das war für mich ganz schön... Also wird gespeichert. Wo es geht und wann es geht. So, also speichern. So. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Von Level, was waren wir? 43 auf 33, ne? Das ist ja mal ein Sprung, oder? So, äh, da. Weg damit. Ich danke. Danke Moch, 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 Moch. Ich muss weiter. Äh, tschüss. Ja. La, la, la. Hm? Was bist du? Engel aus dem Jenseits. Na ja, du schaust mir nicht so freundlich aus. Na ja, machen wir mal Feuer. Tala. Huch. Da ist ja ein Schatten. Oh. Irgendwie tut sich da ja gar nichts. Was haben wir da? La. Oh. Irgendwas ist da komisch. Aber da tut sich wieder nichts. Haben wir da... Oh, doch. Entschuldigung. Ich habe das große Ding zu spät gesehen. Eiko ist schon mit heute. Tut Eiko sehr leid. Ja. Eiko tut das leid. Was haben wir denn da Schönes? Opfergaben der Kraft. Du, der den Ballast behütet, entziehe dem Hut. Die Widerstandskraft der Magie. Die leuchtenden werden untersuchen. Aber sicher doch. Ha. Ich bekomme ein Hut. Was denn für ein... Eine Kapuze? Boah, cool. Ob... ob... ob ich die anlegen darf? Huch mich da. Ist doch ein Stapendofi. Kann ich damit... Nein. Anziehen kann ich schon. Aber ich kann damit nichts anfangen. Du, wie, wie? Hm? Ich glaube, ich habe da noch einen Hut für dich. Ach, wirklich? Wo kriegst du das alles her? Also musst du dir mal vorstellen, ne? Moment. Kannst du den brauchen? Ja, eigentlich schon. Dann nimm ihn mal. Musst du dir vorstellen. Ich habe den gerade von so einer rosen Kugel bekommen. Der wirklich war. Ah, da ist noch ein Licht. Geht das an? Na gut, dann gehe ich mal rein. La, 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 la. Ta, la. Wow, da sind doch viele Lichter. Ich mach dich da mal an. Da. Schau, der hat auch eine Kapuze. Glaube ich halt. Aha. Und dich? Der hat ja ein Schwert in der Hand. Will er da jemand... Also der Schatten halt, ne? Schaut ja komisch aus. Ah, da. Was steht denn da eigentlich? Ich habe eigentlich noch ganz vergessen zu lesen. Entschuldigung. Der gefallene Engel. Der gefallene Engel. Aha. Hallo, ich will das haben. Ja, genau das. Opfergaben der Graf. Du, der diesen Palast behütet, entziehe dem Schild die Ausweichfähigkeit der Magie. Ja, gerne. Ja, ich will das haben. Eiko will haben. Eisenhandschuh. Wow. Ob den vielleicht die Liebe Freya schon nutzen kann? Du, Freya, kannst du schon diesen Handschuh da benutzen? Ja, kann sie, aber sie braucht auch nichts mehr. Du, Eiko. Also Freya ist so stark warm. Da wird Eiko ganz warm ums Herz. Na also, wenn du ein Gefallener bist. Warte mal, ich probiere mal was. Ich weiß noch, dass es hier so ein Lichtspiel gab, ne? Da muss Eiko jetzt mal probieren. Du müsst Eiko entschuldigen. Eiko weiß das nicht mehr. Und da müsste normalerweise, müsstest du, glaub ich, aus sein. Nein, das war falsch. Entschuldigung. Da muss wieder an. Der Tochter drüber, der muss aus. Entschuldigung. La la la. Ja. So muss das ausschauen. Und da haben wir jetzt einen neuen Weg, den Eiko gleich betreten wird. La la la. Was haben wir denn da? Ist da etwas besonderes? Nein, nicht mehr. Ja, ich glaub ich muss da hin. Da ist noch ein Lämmchen. Hallo. Kerze brennen. Alarm. Alarm. Eindringling entdeckt. Äh, was? Eindringling umgehend eliminieren. Von Überwachungsmodus auf Angriffsmodus schalten. Was war das denn? Die Stimme von Kuja war das aber nicht. Was soll das? Komm schon raus und zeig dich. Oh, oh. Eiko hat Blödsinn gemacht. Haha. Ja. Wir haben jetzt nichts zum Stipitzen fällt mir grad ein. Das heißt dann einfach nur klatschen und du bist. Hä? Oh, Steinbegner. Ich hätte, ja. Verteidigungssysteme steigern. Elfenbärle werden gesucht. Elfenbärle? Neutralisierung fehlgeschlagen. Steigerung der Zauberkraft fehlgeschlagen. Steigerung fehlgeschlagen. Steigerung fehlgeschlagen. Steigerung fehlgeschlagen. Steigerung fehlgeschlagen. Ja, und jetzt? Wie oft zeig ich das denn noch? Ist das Bucky? Oh, Leistungssteigerung fehlgeschlagen. Ja, darf ich jetzt mal kämpfen? Oh ja, darf ich. Wir rufen. Für die Eiskar. Eiskar? Super. Was? Schaden hat es gemacht? Ja, leider wenig, oder? Ja. Ich würde sagen, Vegena. Vegena. Auf. Nehmen wir die Maus. Drago Vegera. Ist ja so. Dann, wenn der Feuermacht, äh, Eiskar macht. Ich mach Feuer. Ja. 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 Ist nicht schlecht. Wir rufen. Für die. Und wir rufen. Gehäge. Ja. Ja. Da, 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 da. Diska? Okay, der ist alles anders gewaschen. Ähm. So. Und ich würde sagen, Nebinein. Kommt. Und ich würde sagen, Nebinein. Ist ja neutral. Aha, Schutz. Okay. Odin hilft nächster. Werden wir auf den Rand schalten. Und schalten. Und schalten das nicht. Hat es noch Spaß gehabt. So. Wir rufen. Oder wir heilen. Wir probieren zu heilen. Mit Vita. Wie gute List. Oder wir lieben. Und schlingen. Nadam Nadam Nadam. 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 Nadam Nadam. Nadam Nadam. Warte. Können die Völkle vielleicht auch einsetzen? Und selbst ob sie zu schütteln. Reflex. Dann setzt der auch. Der Fleck ist, glaub ich. Äh. Ich glaub. Magie würde dann gehen, ne? Das heißt, wir können die Zeit jetzt nicht setzen, aber ja, wir gar nichts haben. Das wäre gut abzuwarten, ne? Ich bin aber zugehr nicht, ob, ähm, noch wie möglich. Nein. Nein, 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 nein. Ja, das ist doch wirklich schützend. Oh, jei, jei, jei. Was war denn das jetzt gerade? Wir rufen gerade weg uns, ja? Wir rufen jetzt hier. Okay, Magie geht zurück, ne? Das heißt, normaler Angriff ist dann passen. Aber es gibt hier Reflekt-Magie. Äh, zügig schweb, zügig, dann kommt, oder? Aber das klappt, oder? Dann ist Vivi der Böse momentan. Was ist eigentlich das Wasser? Was kann denn Wasser gut? Fügt Wasserelement Schaden zu. Führt Exhibitionsschlag aus, ja, ja. Neutral. Absorbiert HB, das können wir mal probieren. jetzt? Ich seh mal, ja, ja. Ich bin jetzt auch schon... Ich bin dann der Böse momentan. Ich bin dann der Böse momentan. Ich bin dann der Böse momentan. Nein, aber wir müssen nicht nur ausschalten. Wir werden die Heilbräuern überhaupt antreten, die sealsonation macht das gut. Ja, das klappt nicht gut. Saugen und gehen. Wagen und gehen. Schwingt. Eikon braucht gleich Mana. Ist ja klar. So, bitte und bitte saugen. Ich rolle die Tür. Schwingt. Die gute Lili tut gleich mal den ETA verteilen an Eikon. Ich glaube, sie hat auch nur zwei Leben zu entsetzen. Also gedanklich. Nicht schlechter Spich. Ja, Eikon muss warten. Schwingt. Die Finale hatten der Tempo. Also muss Eikon jetzt warten. Wobei, Eikon könnte... Ah, das schämt. Was? Du musst sagen, wir können Verteidigungssysteme runterfahren. Da schämt er sich so, dass er gleich im Boden kommt. Das schlauze. Das schaut schon cool aus, oder? Und dann... Super, Bibi. Wow. LVP. Ja, das glaube ich. Jetzt geht was weiter. Jupp, jupp, jupp. Weil alle Pille, die abhaben, sind ja dann 22, ne? Erhaltende Gelb. Oh, 4000. Also drüber. Und ein Elixier. Das heißt, wir würfen mit der Ankleidung. Rubin ist fertig. Gut, was nehmen wir denn als nächstes? Phönix Daune. Oh ja, die würde mir sehr gefallen. Ihr werdet euch wundern. Phönix? Moment. Wie Phönix? Ganz recht. Wir haben hier... Das zeige ich euch gleich dann. Eine neue Bestia für diese Eikon. Ich muss sie natürlich alle durchkontrollieren ein bisschen. Ich bin so der Kontrollfreak, ne? Ah, da haben wir was. Esprit. Nein, Spaß. So, die Freya. Ist mein Dreizack schon fertig? Sag einmal. Dann kriegst du die heiligen Picke. Drago Gramm kannst du lernen. Gut. Kannst du denn jetzt ein... Na, Helm ist nix gut. Da haben wir ja auch nix gescheites, ne? Die Goldrüstung ist fertig. Somit ist die Stahlrüstung dran. Okay. Schwarzgut braucht sie noch. Die Goldrüstung ist fertig. Die gute Lili. Sterne. Ich hab dabei nachgeschaut. Waffenmäßig. Ja. Zauberstab. Natürlich. Gibt's hier irgendwas Neues? Tatsächlich. Schattenhut. Zum Vorgang lernen. Halt. Dann, was haben wir hier? Armreif-technisch. Nix. Altfrequester. Dann haben wir hier irgendwas. Dunkelkristall ist auch schon fertig. Ja, warum nicht? Nehmen wir doch. Was hätten wir denn noch? Einen Garanett haben wir noch nicht, ne? Ja, Garanett haben wir noch nicht. Das bedeutet, wir nehmen... Ja, nehmen wir den Armegist. Du brauchst das auf. Wir haben auch eine neue Bestia. Den Atlus. So. Sind wir da jetzt? Darf ich hier Licht machen? Ja, Licht! Da drüben? Geht's da auch? Äh, ich hab gedacht, da geht's vielleicht auch weiter. Aber schaut nicht so aus. Dann gehen wir halt hier hin. Ja? Geh ins Licht! Tui! Teleportation! Zur selben Zeit. Boah, endlich wieder zurück. Aber keine Zeit für eine Pause. Muss schnell die anderen raus... Da... 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 Da rausholen. Da... Dann sind wir... Da... Du... So, dann hauen wir weg. Ich würde sagen, so, wenn es gut läuft, dann tun wir noch ein Blick, aber wo kommt man denn essen? Ist ja hinten. Na, tun wir mal abwehren und fressen probieren. Und? Ungenießbar. Okay. Wusch. Vollmund hat, genau, Vollmund hat Steiner Lernst, sehr gut. Kann man gleich schauen, ob er was Neues ankleiden möchte, beziehungsweise wenn man da mal eine durchschaut, fällt mir gerade mal so ein Bein ein. Wir haben jetzt ja einige Items bekommen, vielleicht kann da ja schon irgendjemand was brauchen, aber so wie mir mein Äuglein gerade, das, ja, zweitens ist da, oder mal, oh, hier, Hermess Schiefel, sehr gut. Das kannst du mal Zitane erlernen, das ist so fein. Da brauchen wir noch, da brauchen wir noch, brauchen wir noch. Die Saphira ist fertig. Warte, hier, da ein bisschen Latsumi, ja, nehmen wir gern für Ability Up, der hat was wie. Aber ich muss ja gerade nachschauen, Ability Up ist wie immer schon eingelegt, oder? Ja, ja, passt alles. Puh, schockschwere Not. So, der gute Queen, der Bistro-Garrel, da ist nichts besser als momentan, Kröpfchen. Da geht's auch nicht besser, Schimärenreif, ähm, ist auch nichts besser als Mahagy, der gute, der gute, nein. Und das heilst du, Boshiki. Ähm, nee. Das ist auch für nichts. Gut. Die Queen ist soweit fertig, dann haben wir den guten Mahagy. Mahagy, der hat da, da, das Chakrabad braucht er noch. Haben wir hier irgendwas, da, das ist auch noch, und das ist auch noch. Okay, sind alle Burschen fertig, passt, können wir weiter hatschen. Das ist immer wichtig, dass ich da nachschaue, weil unsere Kanzel hier da wertvolle AP-Punkte führen zu Fähigkeiten, die wir ja noch nicht können. So. Ah, das sind so die M und M und M und M, das ist gut. Ja, blau, Fähigkeiten. Was sind ja hier denn, Chakra, Alkos, das brauchen wir nochmal. Angegen, angegen, angegen und fressen, ja gut. Schwingen. Schwingen. Ja, der ist hin, das ist super. Das heißt, zwei, äh, also ich würde sagen, äh, du wartest mal. Ich würde sagen, Angriff. Angriff, was hat mit der Queen jetzt? Wer fehlt? Mit Queen jetzt einfach zu stein, das ist einfach nur langsam, langsam, langsam. Schwingen. Und dahin ist auch, okay, wir haben auch noch ein Zidane, wird's gewesen. Scheiße. Entschuldigung. Das war doch zu viel. Ja, super. Zwei Fähigkeiten ernährt, sehr gut. Und ein Fastlebo. Die M und M's möchte ich gerne fressen. Äh, entschuldigung, das hat sie furchtbar. Die M und M und M's. So, was hat er denn jetzt gelernt? War das jetzt hier? Ich glaube, Herz aus Stein. Das ist noch nicht fertig, noch nicht fertig, noch nicht fertig passt. Und wer war's noch? Ich glaub, Mahakon, ne? Mahakon, Mahakon. Ah, da ist ja noch nix. Gut. Jetzt wird mit nochmal die M und M und M's zu kriegen. Sorry, da muss ich wieder kurz unterbrechen. Durchzugstraße und so, ne? Äh, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. So. Ach ja. Es ist, ja. Es ist halt so. Dann laufen wir weiter. Vielleicht kriegen wir nochmal die M und M's. Das wär super. M und M und M's. Alter. Dreimal M und M. So. Dreimal M und, so muss ich sagen. Was ist da, was war da? Ich möchte noch gerne futtern, bevor wir hier komplett weg müssen. Ich hoffe, sie sind nochmal da. Ach, kack. Na, dann passt es gut. Ich hoffe, ich mach jetzt nicht aus, wie sie zu überlegen. Ich glaub, bei 21 Minuten waren wir hier. Dann machen wir noch 10 und dann hoffe ich, dass es passt. Da der eh ungenießbar ist, hau man gleich weg. Oh ja. Fein. Das heißt, können wir dir jetzt schon was Neues geben? Waffentechnisch geht gar nichts. Okay? Und das war's auch schon. Fein. Naja, dann lassen wir's da mal gut sein. So. Wir werden mal schauen, ob es unseren Freunden geht. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir schon wieder woanders gelandet. Willkommen zurück. Mein Gemach ist gleich hinter der Tür. Aber Zidane, nur du allein darfst eintreten. Ich erwarte dich. Ach, das war wieder typisch. Zidane, das ist dein Fall. Sei auf der Hut. Ja. Ich pass schon auf. Wartet so lange hier, bitte. Und wo, halt, wo geht's da lang? Wird das auch hin? Nö. Ist hier was ver... Ist hier was ver... Versteckt? No. Du glaubst ja gar nicht, wie froh ich bin, dich wieder zu sehen, Zidane. Wie geht's meinen Freunden? Sachte, sachte. Nur nichts überstürzt. Aber überzeuge dich selbst. Sei unbesorgt. Sie träumen bestimmt etwas Süßes. Ich hoffe, du hast auch deinen Teil der Abmachung erfüllt. Überreiche mir den Burgstein. Hm. Obwohl alle wohl auf sind. Was soll ich nur tun, falls der Prinzessin irgendwas zugestoßen sein sollte? Hey. Hey. Wo ist Zidane? Zidane ist alleine zu Kuya gegangen. Aber wie seid ihr hierher gekommen? Zidane? Danke, ihr Quack. Keine Zeit für lange Erklärungen. Wir müssen zuerst Zidane aufhalten. Zidane oder Kuya? Ein Vorbeifalt. Zidane finden und Kuya aufhalten. Soll es passen. Zidane. 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 seine freunde beseitigen werde ich erst mal mit dem stein der kleinen vorlieb nehmen ich hoffe man hat bald wieder das vergnügen nein verdammter mist erländiger keine reaktion dieses große sesseln ich würde sagen wir tauschen wieder mal ruhig ein bisschen also der ja wir tauschen auf jeden fall mal durch dann gegen quina und maha dünn gegen flea denn die sind ja wieder mal etwas so gibt es hier irgendwas bitte einpacken gegen die schwarze auch nicht schlecht hat für heute ist ja auch gleich wieder vorbei Ui, Mist, jetzt hab ich gefehlt, ich bin dabei. Uuuuh, weg veressen in die Sonne, genau jetzt kommt die Mistfücher. Na ja. Angriff! Rufen! Heilige Magie. Ich hab gesagt, ich schaue uns mal mit dem Atheros an, sofern wir ihn überhaupt beschweren möchten. 2. Es Magie in ihrem Feuer. Ah, für dich! Gravit Polon! Ja, dieses, wie ich kenne, ist es so. Ja, dieses, wie ich kenne, ist es so. Wahrscheinlich ist es so. Nein, 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 nein. Ja, und hat schon mal sehr gut. Und wir haben Pierschnuck bekommen. Pierschnuck. 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 Das könnte gar nicht besser passen. Da, 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 da. Ich schwie! Pierschnuck. Hier rufen! Ich bringe nur den. Nehme nur Udi, wenn er klappt. Hier müssen auch weniger klatschen. Weil der drück ist psychisch, der hat Schuss, wenn da es besser am Akie verbraucht. Bei Laune ist es besser, wenn man eben mit den Waffen angreift, äh, soeberlichen Schaden hat. Oh, oh. Ist es nicht gegen Stopp? Hm? Das wäre zwar nicht schön. Lass es halt jetzt schnell nochmal gegen Stopp. Doxidus, Wind, Schweigen, Stein, Gips, das wird sein Goldner. Wie Freya. Verfehlt. Hauptsache. Okay, dann, äh... Schauen wir, dass es nicht stattfindet. Schuss. Gut. Scheiß, Freya zu wem, dass das Zeug verliert. So, wenn wir es nicht. Wir haben den Fu-Oble-Level abgerreicht. So, wie... Gott sei Dank, jetzt haben alle was bekommen. Äh, gelernt und so... Achso, ich wollte noch schnell schauen, ne? Freya, kannst du... Insekten? Sprint, Schlaf, Stein, Gips, Gold, das passt zu so. Das ist schon okay, dann können wir ihr ohne weiteres Pestizid-Zeug geben. Das passt zu so. So, was haben wir denn noch zur Verfügung? Na, nicht bewusst. Anlegen. Linden. Was? Deklariert die HP des Zielobjekts. Ja, auch mal. Sagen wir das mal testen. Ich teste das mal, ob es auch auf Gegner jetzt funktioniert. Das wäre nämlich nicht so krass. Okay, da geht nix. Alles gut. Moment. Eins noch kontrollieren. Kann man hier links und rechts gehen? Tatsächlich. Hahaha. Okay, da ist nix versteckt. Andere Seite. Da ist auch nix versteckt. Okay. Hätte man ja... Hätte ja sein können. Das habe ich nämlich gar nicht mehr gewusst. So. Hm? Huch. Geht's da drüben auch weiter? Tatsächlich. Dann will ich doch zuerst den hier probieren. Aha, okay. Da kommen wir nur hin. Na, okay. Dann hauen wir ab. Ciao, ciao, ciao. Bam, 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 bam. Aber ich brachte mir gerade ein. Müsste da nicht noch eine gewisse Person hier gefangen sein? Eine gewisse Hilda? Tja. Da, da, da. 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 Wapp. Toll, das Schiff ist weg. Mit allen Schwarzmagiern. Naja, dann hier blüft es danach. Er ist weg. Oh je, ich verfachte. Entschuldigung. Ich bin schon auf Überlänge. Äh, verzeih. Äh, sofort. Wir machen sofort den Schluss. Auf der Stelle und so weiter. Ein kleines Momentele noch. Zack. Und. Zack. Oh, was mache ich denn da? Magie. Ich deb. Ich bin so gewohnt Nahkampf jetzt zu machen. Ich bin so dum. Entschuldigung. Verdonnerung. Ich bin so dafür, dass die sich nicht mehr so gut machen kann. So gut wie eigentlich der, der ist nicht mehr richtig. Der Hart ist schon viel schlimmer. Der hat sich echt so gut, dass ich den Bart gespielt habe. Der hat sich echt unbrauchbar. Der hat vielleicht von 10 Attacken 2 gebrochen. Der Bart, da gibt sich echt Mühe. Ja, Vivi hat Komet erlernt und Freya hat auch meine Fähigkeit erlernt. Super. Äh, dann werden wir das gleich im nächsten Part. Wir werden dann gleich, äh, wieder schauen, ob wir was Neues anziehen können. Aber bis dahin, ihr Lieben, bedanke ich euch wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.